Hi, ich bin Wombo von Finsterforst und das ist Oliver, auch noch bei Finsterforst. Noch. Ja, noch. Ja, gerade haben wir beim Rock for Roots hier in Nauen gespielt. Wie man sieht, noch voll beschmutzt bis oben hin. Der noch mit Feuchtigkeit im Schritt. Ja. Ekelich. Altersinkontinenz, der schmeißt weg. So. Ja, ach, jetzt bin ich dran. Ja, wie gesagt, wir sind auf dem Rock for Roots, haben eine super Zeit gehabt. Festival ist leider vorbei, wir waren die letzte Band. Und haben für Gannerhall hier richtig gerockt, hoffe ich. Also, ich weiß nicht, was soll ich über Gannerhall erzählen? Wisst ihr, wir bauen hier, oder hier wird so ein Germanendorf aufgebaut wieder. Finden wir eine super Sache und kommen dann auch gerne irgendwie für einen Euro weniger als sonst. Einfach, cooles Projekt. Ja. Hat er ja schon gesagt, wir sind bei Fensterforst. Wir nehmen nächstes Jahr eine neue Platte auf und waren jetzt dieses Jahr schon in Wacken und haben einfach Spaß am Leben gerade. Also, deswegen trinke ich auch weiter und gebe das Mikro weiter. Gebe das Mikro weiter und nicht den Schnaps. Ey, da muss ich echt nicht wundern, wenn du bald gecuttet wirst. Freundchen. Ja, komm, wir tauschen. Okay. Hier. Trink. Keiner kann dich leiden. Also, ich jetzt nicht mehr, vor allen Dingen, wenn du leer machst. Ja, was können wir noch erzählen? Na, ist ein bisschen schade, dass am Ende dann nicht mehr so viel los war, weil wir sehr spät gespielt haben. Haben halt schon ein paar Leute, glaube ich, ihre Bahn erwischen wollen. Aber die Leute, die noch da waren, sind super abgegangen. Schön die Kugel flogen. Also, hatte ich Spaß dran. Kann man echt nicht meckern. War heute halt ein bisschen komisch auch, weil wir zum ersten Mal mit nur einer Gitarre gespielt haben. Unser zweiter Gitarrist, also eigentlich erster, zweiter, ach, das war scheißegal. Der Rhythmus-Gitarrist ist das, glaube ich. Ich kenne mich nicht aus, ich singe nur. Ne, auf jeden Fall Simon ist halt gerade in Bulgarien und haben wir halt nur mit einer Klampfe gespielt. War auch so ein bisschen ein Experiment, ist aber, glaube ich, ganz gut gelaufen. Also, ich habe auf der Bühne schönen Sound gehabt trotzdem. Möchtest du noch was sagen? Dann gib mir mein Getränk zurück jetzt. Na gut. Tausche. Na, es hat trotzdem ziemlich gebraten, fand ich, oder? Also, klang doch recht druckvoll. Hätte ich so nicht gedacht. Ich lasse mich immer wieder gerne positiv überraschen. Von uns? Ja. Kommt selten vor, ja. Ich weiß. Aber, na, was kann man noch sagen? War ja nicht unser erster Auftritt hier in Nauen. Freilichtspühne hatten wir letztes Mal schon erlebt. Damals mit einer besseren Spielzeit, muss man sagen. Was war es? 20 Uhr oder 21 Uhr? Also, Primetime sozusagen. Aber es war schon ein Hammer gewesen. Die Leute hier gehen immer abartig ab, muss ich sagen. Und es ist immer kaum zu glauben, dass Leute unsere Liebtexte kennen. Aber dann siehst du trotzdem Leute, die alles mitgrölen und mitschreien. Alles schon heftig. Was fällt dir auf, du, als Schlagzeugspielung? Du, ich habe hinten alle Zeit der Welt. Ich kann allen Leuten in die Augen schauen. Alles abchecken. Kannst du nicht machen, du musst sie verbeugen. Ja, richtig. Aber ich weiß genau und spüre deine Blicke auf meinen Hintern. Oh ja. Okay, ich ziehe nicht die Frauen in der ersten Reihe aus. Ich glaube, ein Interview mit uns hat er sich schon immer gewünscht. Der arme Junge. Keine dümmerer gemacht als sonst. Supported Finsterforce, supported Metal. Ganz wichtig. Wenn ihr ein paar Euro übrig habt, gerne halt. Macht euch mal schlau. Guckt einfach zur Not unter rock4roots.de. Schönes Projekt. Und ansonsten habt einfach Spaß und betrinkt euch ordentlich. Das ist nämlich wichtig. Ja, richtig. Alleine zu Hause vor dem Fernseher, wenn man das Interview anschaut. Richtig einen wegknallen. Super Idee. Werde ich erstmal machen, wenn ich das Interview anschaue und mir einen runterhole. Oh. Jetzt wird es aber schwierig mit der Zensur. Oh. Herr Heck. Ich dachte, wir wollten eh irgendjemand hier verpixeln. Ach so. Ja. Ich dachte, da wollen wir den alten Sänger nochmal für. Ach richtig. Ja gut, dann ist das ja geklärt. Das ist ja nicht hier. Scheiße. Jetzt steht der vor der Tür. Ja, toll. Ja, dumm. Na gut. Der kommt nicht mehr rein. Wir machen Schluss. Ja. Besser ist es. Haut rein. Ciao.